Das ist der Erik Weber, bekannt als Queruland. Nein, aus dem Basler Rothaus. Einer, der immer ein bisschen aufmümpfig ist. Danke. Ich suche eine Frau. Geistig krank. Warum? Erik, fangen wir gerade so an. Weisst du, es ist so. Frauen sind da, damit sie gekickt werden. Ich habe hübsche Frau, beste Laden am Rhein. Die Frauen sind auf die Kribüne gehofft. Ja. Herr Weber hat das Wort. Wenn ich zwei Frauen habe, die so eine Figur haben... Äh, ich kann nicht aufhören. Den Arsch in den Tür. Herr Weber, das tut nichts zur Sache. Und darum komme ich. Gute Frau, ich bin Weber mit dem Kleber. Darum sind wir da. Darum sind wir da. Ich bin Weber mit dem Kleber. Beste Laden am Rhein. Darum sind wir da. Ich bin Weber mit dem Kleber. Darum sind wir da. Darum sind wir da. Beste Laden am Rhein. Ich kann mich nicht gekickt werden. Die Zeit ist vorbei. Ob du denkst, ist dann wieder voll drin und nimmst keinen Rücksicht. Das ist alles erlaubt. Willst du nicht dürfen das? Sie kriegen jetzt eine ganz schöne Kleber vom Herr Weber. Mit dieser jungen Studentin. Frauen sind da, damit sie gekickt werden. Jetzt ist das aber etwas, was man von dir immer wieder gehört. Erich Weber, du hast die Hau gesickt. Du weißt, was ich meine. Wir reden unter Mannen. Ich bin Weber mit dem Kleber. Darum sind wir da. Darum sind wir da. Ich bin Weber mit dem Kleber. Darum sind wir da. Darum sind wir da. Beste Laden am Rhein. Ich bin Weber mit dem Kleber. Die Zeit ist vorbei. Bebel mit dem Kleber. Darum sind wir da. Darum sind wir da. Beste Laden am Rhein. Ich bin Weber mit dem Kleber. Ich bin Weber mit dem Kleber. Ich suche um eine junge Frau. Ich heiße Erik. Wie heißen du? Jetzt geht's. ...